Was ist das, was wir in der Psychologie nennen? Und beginnt die Burg niederzureißen. Übrigens mit derselben Euphorie, mit der er es aufgebaut hat. Und Vati flippt aus. Bist du wahnsinnig, machst du alles kaputt? Der Vater versteht eins nicht. Der Junge ist nicht am Ergebnis orientiert, sondern am Erlebnis. Der kreative Entstehungsprozess der Burg, das hat den Kleinen erfüllt. Die Burg ist fertig. Soll er die verwalten oder was? Was machen Kinder, wenn sie eine Sandburg gebaut haben und die Burg ist fertig? Machen die kaputt. Und was machen wir? Hey, warum machst du jetzt die Burg kaputt? Ja, soll die jetzt verwaltet werden? Aber wir sind fest.